Bei Lancaster unterstützen die Spieler den englischen König. Dazu setzen sie ihre Ritter zusammen mit Knappen in die Counties. Sie schicken sie in den ruhmreichen Kampf gegen Frankreich oder bauen die eigene Burg weiter aus. Dabei geht es nicht immer friedlich zu. So mancher Ritter muss einem Stärkeren weichen und sich einen neuen Wirkungskreis suchen. Am besten, man vergrößert also rechtzeitig seine Ritterstreitmacht von der Schlagkraft und von der Anzahl her. Am Ende zählen Ritter, gut ausgebaute Burgen und wie viele Adelige man auf seine Seite gebracht hat. Lancaster ist ein anspruchsvolles Strategiespiel für zwei bis fünf Ritter ab zwölf Jahren. Es dauert etwa 60 bis 90 Minuten und kostet ca. 45 Euro. Herzlichen Dank. Vielen Dank.